Wer bist du? Ich bin der Bertl Philipp und komme aus St. Kolten. Seit wann fährst du am Erzberg? Am Erzberg war ich das erste Mal für mich 2014. Und ja, da bin ich schon seitdem immer mit dabei. Okay. Was war dein bestes Rennenergebnis? Das beste Rennenergebnis war Platz 14. Und zweimal habe ich das Ganze finishen können. Was war dein verrücktestes Rennenerlebnis? Ein verrücktes Rennenerlebnis kann man schwer sagen, aber es gibt eben viel lustige Sachen, was man da herum erlebt. Wurschtet ob im Zelt oder auf der Rennstrecke. Und die ganze Gemeinschaft ist schon ein Erlebnis. Was ist eigentlich der Ziel für heuer? Ziel für heuer? Vielleicht geht es ihr Zielankunft aus. Aber heuer werden wir nicht so viel trainieren können, weil ich mich beruflich ein bisschen neu orientiert habe. Und werden wir schauen, wie weit ich komme. Aber auf alle Fälle ist eine Zielankunft immer etwas sehr Schönes. So, und Partydigger oder Rennstreber? Gehst du auch Furt am Erzberg? Ja, wenn man das Ganze ernst nimmt, dann schaue ich eher, dass ich nicht so viel Furt gehe. Aber wenn man mal als Betreuer mit dabei ist, dann kann man das schon auch auf Haus leben. Sehr gut. Das heißt, wir sehen Sie aber sicher nicht heute auf die Nacht im Bierzeit? Heute auf die Nacht vielleicht kurz eine Fahrerbesprechung oder so, und dann auch ein Bier und dann. Aber ich vorbereite mich für morgen. Sehr gut. Danke Philipp. Vielen Dank.